so so, äh, reicht die Energie, um einen Bomben zu fällen? Und wer ist heraus? Ja, einen Bomben dort, um einen Bomben zu fällen. Okay, dann sammle ich erstmal die Pinecorns ein und die Metal Thieves und die Archons, um in Zukunft Snacks zu machen, dass man so ein bisschen effektiver arbeiten können. Auch verkaufen, direkt. So, kann man so bestimmt auch ein Crafting. Dafür gibt's Torches. Muss ich jetzt noch herausfinden, wofür Torches zu sind, außer, ja, okay, man kriegt Licht. Aber meistens bin ich ja so nachts nicht unterwegs, oder? Eine, eine, kann man ja mal drauf. Ähm, kann man die in die Hand nehmen und dann ist... Tatsächlich, man kann die in die Hand nehmen und leuchten. Aber müssen wir mal ein ganz romantisches Licht hier gehen. Nehmen wir noch ein. Warten... Warten... wach... Wach... ... ähm... Nein. Man muss schon zwei Torches. Ähm, genau, die wollte ich... die wollte ich wegpacken. Morgen wird es auch wieder ein schöner Tag. das heißt, morgen muss ich wieder die blühen... Palming Level 1, ist doch schön, was haben wir denn dazugelernt? Äh... Fretzlitzer. Basic Fretzlitz aus Scarecrow. Scarecrow. Sehr gut. Ah, okay. Ah, gut, ich hab das Geld wieder so gut wie wieder reinbekommen für die ganzen Kram. Oder hat das 200? Das hat, glaub ich, 300 gekostet, muss ich nochmal nachschauen. Um 9 Uhr macht der Mania wieder auf. Aber ein bisschen Geld kam wieder rein, die Hälfte. War der Fehler nicht ganz so schlimm. Auch wenn ich mich immer noch in den Asch treten konnte, den Scheiß gekauft zu haben. Obwohl, das ist wahrscheinlich total praktisch, und ich brauch dazu irgendetwas später. Und ich weiß nur noch nicht, was es ist, wofür ich es brauche. Aber bei meinem momentanen Geldstand ist das schlecht. Also okay, wollen wir mal gucken, was haben wir denn dazu bekommen? Wir haben irgendwas bekommen? Ah! Patalyzer. Improves Zoll-Quality. A little. Improves your shine to grow-Quality crops. Mix in detail. Soll. Okay. Dünger. Gnüller. Zwei Soap. Das ist doch mal... äh... Schön. Mein nächstes Zelt werde ich erstmal... Ich werde mal ein bisschen Soap fahren. Soap fahren. Und... äh... Mein nächstes Feld dann mit... So, ähm... Ach ja, richtig. Genau. Da war ja was. Erstmaaaannn... Was sind... Effekte? Ich hab' nicht gesagt, ich hab' nicht erreicht, ich hab' nicht wusste. 50 Wood, eine Kohle 10-20-Fiber. Hab' ich? Okay. Ich kann zwei schon... Ich kann zwei herstellen. Ähm... Hm? Drafting? 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 Eins? Zwei. Okay. Was für einen Effektradius haben wir? Ist ja jetzt interessant zu wissen. He has a limited radius, about eight tiles. Eight tiles. In eine Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Haben wir mal erstmal eine hier. Okay. So. Acht und acht. Ich guck mal kurz in den Wiki. Es wird mehr... Also, das muss ich jetzt erstmal genauer wissen. Bevor ich hier Scheiße baue. Entschuldigung. Ähm, bevor ich hier Mist baue. Aus Korin Road Single-Elevany. Um- Ah, was… Äh, Scarecrow. Ah, oh, das ist ja, oh. Das ist ja reihe, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sechs. Das ist ja ein sehr, sehr großes. Oh, ah. Das ist ja reichlich. Da kann ich die eigentlich hier hinsetzen. Ups. Äh, ähm. Okay. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist ja Verschwendung, wenn ich die jetzt hier setzen soll. Wohl. Ich hätte das Feld weiter nach rechts setzen müssen. Ich spiele schon mit den Gedanken, das Feld in einer größeren Ausmaße zu erweitern. Und halt mehrere Scarecrow's, also eine oder zwei Scarecrow's hinzusetzen. Achso. Was haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also, soweit kann ich das Feld erweitern. Dann, ähm. Ja, was mache ich da? Ich mache da eine Markierung hin. So, äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau. Dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also. Ja. Aber passt schon. Das passt so schon. Gut. Dann haben wir noch eine zweite, die wir schon mal auch schon mal hinsetzen könnten. Also. Ich mache erst mal ein bisschen Platz. Ähm. Dann habt ihr ein Spielradius auf 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, was die noch übernimmt. Und dann haben wir ja. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nehmen wir den Stein. Können wir die schon mal hier hinstellen. Dann haben wir ja einen effektiven Radius von acht. Wir haben ja einen effektiven Radius von acht. Und können hier ein zweites Feld anbieten. Gott. Gut, dass ich nachgeguckt habe, weil ich hätte die zu nah beieinander gesetzt. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass der Radius von der Vogelscheuche so gewaltig ist. Ähm. Gut, dann werde ich jetzt noch mal ein paar Samen kaufen. Ich habe ja das Geld. Mal sehen. Ich werde noch ein paar Samen kaufen, auch wenn es das bedeutet, dass ich am nächsten Tag mehr Kissen hofft. Und werde dann mal ein größeres Feld ansetzen. Ich hoffe, meine Energie reicht dann auch dafür aus. Die größeren Felsen. Das muss man ja immerhin bedacht ziehen. Reicht die auch eine Quest oder eine Aufgabe? Äh. Quats. Oh my great. Dann war das Trompstor. Ich habe ja schon mal einen Quatsch dran. Weiß ich nicht. So, mal schauen. Oh. Da will ja gerade jemand raus. Ja. Dann komme ich nicht rein. So. Ähm. Hallo. Ich möchte was kaufen. Ich möchte... Ich mache jetzt einfach keine Mittagspause. So, ähm, wie war das? Ähm, Säulen? Ähm, ich brauche Platz. Ähm, weg damit, weg damit. Cola kann ich auch erstmal wegpacken. Stein auch. Gut, ähm, dann brauchen wir 26. 1, 2, ja, 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 ja. 26. So, so 50 Zoll praktisch weg. So, dann machen wir mal gucken. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 15, 15, 16, 18, 20, 20, 21, 22, 22. ... 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20... ... 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, okay... ...und... ...okay... ...so viel Ding ist ja eigentlich auch nicht gesund. Aber... ...keine Ahnung, ob sich das auf... ...den Gesundheit... ...die Gehalt oder den... ...den... ...ja... ...wie sagt man... ...was? Habe ich zu wenig? Ich habe zu wenig gecrafted... ...und... 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 ...wie viel habe ich zu wenig? ...zwei... ...nach... ... ... ...und... ...habe ich 28 Felder ausgegangen... ...und... 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 6 p.m. Geht auch langsam ein Booster. Gut, um 9 Uhr p.m. 9 Uhr nach Abends macht er zu. Come back. Hat er schon Feierabend? Hallo? Ich will was kaufen. Bewege deinen Hintern. Oh, kein Bock mehr. Okay. Dann... Was das wohl mit? Verkauf. Eher kaufen. So. Gut, die Felder sind gegossen. Morgen wirds wieder ein normaler Tag. Kein regnerischer Tag. Das heißt, die Felder werden auch morgen wieder gegossen werden. Die müssen auch morgen wieder gegossen werden. Doch, Deutsch ist schwer. Schwere Sprache.